Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Schmerzhaft, Kim Kardashian lässt sich den Bauch straffen. Wer schön sein will, muss leiden. Nach diesem Motto scheint Kim Kardashian, 41, zu lieben. Die Keeping Up With The Kardashians Beauty hat schon die ein oder andere Tortur über sich ergehen lassen, um an ihrem Aussehen zu arbeiten. So nahm sie zuletzt in wenigen Wochen 10 Kilogramm ab, um in ein Kleid von Marilyn Monroe, Kreuz 36, zu passen. Nun unterzog sich Kim einer weiteren Schönheitsbehandlung. In ihrer Instagram-Story teilte sie einen Einblick zu ihrer neuesten Beauty-Methode. Das Model ließ sich mit Hilfe eines Lesers den Bauch straffen. Der Bauch des Reality-TV-Stars ist deutlich gerötet, als der Morpheus-Leser an ihrem Unterleib eingesetzt wird. Das verändert alles, schreibt sie begeistert dazu. Aber die Behandlung ist nicht ohne, es ist zwar schmerzhaft, aber es lohnt sich. Erst vor einigen Tagen flaschte die Beauty ihre Fans mit einigen sexy Schnappschüssen im Meer. Kim hatte einen knappen Bikini und ein nassgetränktes, weißes Shirt an, das sich eng an ihren Körper schmiegte. Ihre Kurven kamen dadurch besonders gut zur Geltung. Hey guys, this is Gansham. Then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.